Hallo und willkommen zurück bei Greytale Games Staffel 1 mit Game of Thrones Episode 4 von Telltale. Zuletzt haben wir in Iron Rath das Blatt gewendet, konnten Roderick, äh, konnten Griff, Whitehill gefangen nehmen mit der Armee von Elena und in King's Landing sind wir jetzt gerade auf der Suche nach dem Mann, der viel Gold von Ludd Whitehill bekommen ist. Das ist wahrscheinlich dieser Mann hier, Andros. All you need to know is, I got powerful friends, Lady Mera. Tyrion isn't the only Lannister interested in what I have to offer. And if you don't stay out of my way, you'll end up in the black souls with the M. Good day, Lady Mera. Alles klar. Stätigung genug. Um, excuse me. Lyman Lannister. Ah! Shit! You startled me. As if I don't already have enough to deal with. Here, let me help. That's very kind of you, thank you. But I'm fine. I just get clumsy sometimes. I'm... I'm afraid you have me at a disadvantage, Lady... Mirror. Lady Mera. I'm not used to being approached so boldly. But I'm glad you did. Mm-hmm. I always feel a bit out of place at big gatherings like this. So, what brings you over here? I'm not the best company, I'm afraid. Or were you headed for the wine and I got in your way? You looked like you could use some company. What are you doing, what are you doing? I'm not sure. I only came to discuss some business with Lord Andros. Heh. I'm told it's rude to leave early. Oh? What kind of business? I... I really shouldn't talk about it. Andros came to me in confidence. You understand? He wouldn't be pleased, I'm sure. If you like, you can whisper it in my ear. I... Well... I suppose I could just... Lyman! What do you think you're doing? What? Nothing. You stay away from him. Andros! We were just talking. You were just talking to Mira Forrester. Forrester? I... I didn't realize. My Lord? Let me say this as plain as I can. Don't ever meddle in my affairs again! Let me say this as plain as I can. Let me say this as plain as I can. Let me say this as plain as I can. Oh God. Lady Marjorie. We have almost the same clothes. That gives ya no more stress. Here is it's a bit more. Here is it's a bit more. Lady Marjorie. Thank you, Sarah. She seems to be really on my side. She seems to be on my side. She seems to be on my side. I'm fine. I can handle Lord Andros. It's Lyman I was worried about. What do you mean? Honestly, that story isn't fit for a maiden's ears. Just... Be careful around him. Alright? Just tell me, Lord Tarwick. It's important. I may be willing to tell you. If you'll first tell me something about Sarah. Your help could save me a lot of embarrassment. I'd be very grateful, Lady Mira. What do you want to know about Sarah? Sarah Durwell. Interested name that? Funny thing is, the last Durwell's died off almost 200 years ago. What can you tell me about her family? Something isn't quite right. But I'm not sure. You must understand. I can't court a woman just because I like the way she laughs. I need to know her family. Her parentage. That is unfortunately the way things are. I really couldn't say, my lord. Spare me the pretense. You know her as well as anybody. Now tell me the truth. I don't know anything. I just know what she told me. Please, Lady Mira. She helped me. I've met the Durwell's, when I was at Highgarden. Oh? There are small houses these days, but very well regarded. Ah, right. Well, that's a relief. That's right. That's right, I thought. And now, Lord Tarwick, it's your turn. That's right. That's right. Lyman Lannister. Ten years ago, Lyman was injured at the Tormi at Lannisport. He took a bad fall from his horse. Needed milk of the poppy for weeks, just to keep from screaming. Oh. And between us, he's never stopped drinking the stuff. Can't stop, actually. He spent all his money trying to get more. The man can't go a day without it. So that's why he shakes. You mustn't repeat that, Lady Mira. And we shouldn't even know about it. Besides, Lyman suffered enough embarrassment. And every man's entitled to his secrets. He'd be horrified if everyone knew. I'm quite serious, Mira. I'd hate for Lord Andro to trace this back to me. The man's mouth is bigger than the black water. Poor Lyman has no idea. Now, if you'll excuse me, I have some arrangements to make. Treppe ist in der Nähe, komm. Lady Mira. Lauf, Mira. Lauf. Lauf wie der Wind. Kann man nicht einfach gehen. Kann man nicht, wa? Ne, man kann nicht gehen. Okay. Was nutzt es mir denn, ihn jetzt damit zu konfrontieren? Wenn Marjorie hier ist. Wie ist sie an der Bank vorbeigekommen? Interessant. Lord Lyman, we really need to talk. I know what you're up to. I won't discuss my business with Andros. So please, please, just leave me alone. You've landed me in enough trouble. Just, just leave. Look at you. You're shaking. It's an old injury. But there's more to it than that, isn't there? What are you saying? Either tell me what you want, or go bother someone else. I don't have to stand here and take this. You've been drinking more than wine, Lord Lyman. What? What do you... I know about the milk of the poppy and what happened at Lannisport? No, you can't. No one can know. If you want me to keep it quiet, tell me about Andros. Andros is hiring sellswords. Hundreds of them. What? He's building an army for Lord Whitehill big enough to march against Ironheart. But Andros is doing it in secret. No one knows. Or at least, he doesn't want anyone to know. I told him I'd keep quiet, but... Well... Now you know too. And you're helping him. Yes, I've helped gather the men, but that doesn't... There. You got what you wanted. But if you tell anyone what you heard about me, those sellswords won't be the only thing you have to worry about. What did I tell you? It doesn't matter anymore, Andros. She knows everything. No! Yeah, well, he doesn't have a reason for me not to tell you. I'm going away from the plank. Thank you. Lady Mira, you've just made a very grave error. Very grave indeed. You've realized that, I hope. Don't tell me, you're afraid of a handmaid. Don't tell me, you're afraid of a handmaid. When you've got some to welcome. Ever vigilant. So, from Warm King's Landing in the Kalten Norden. I've taken it from my pocket already. How much food we got left? Here we are. Carried. How was the food? This won't last much longer. We'll have to stop soon, look for some food. At least we don't have Finn to feed. We're on the right track. We're on the right track. This way. Er wird doch wohl selber eine Karte lesen können, oder nicht? Natürlich ist das jetzt hier nicht eine Karte von Berlin, aber ja. Also ich habe gerade das Gefühl, dass er uns direkt zu den Whitebills rührt. Schau. Oh, das kompliziert Dinge. Du bleibst hier. Ich werde versuchen, sie zu sprechen. Ich bin einer von ihnen. Aber du hast eine Nightwatch-Rüstung. Sie können mich ein bisschen kippen, aber was auch immer du machst, kommst du nicht raus, okay? Sie muss sich denken, dass ich alleine bin. Wenn sie dich sieht, wird dir nur Dinge schlimmer machen. Schuss. Wir tun den Ding. Nein, ich bin ein Freund. Ich war neben Ardholm. Ich bin ein Freund. Ich bin ein Freund. Ich bin ein Freund. Er ist nicht allein. Ich wusste, dass eine kleine Kröhe sich nicht auf sich verlassen würde. Lass ihn, Bea! Alles klar! Nur... Nur mit mir! Ich denke, ich werde die beiden. Lass ihn gehen. Wir sind nur durch. Wir haben keinen Fehler gemacht. Genau! Du und deine Mannschaften einfach wollen uns alle töten und nehmen unsere Lande. Aber du hast keinen Fehler gemacht. Möge sie! Oh Gott! Ah, da war der Bein-Move! Noch mal der Bein-Move! Aha! Das zentrale Thema der Episode. Oh Gott! 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 Der Sneak ist... ähh... schnell eskaliert. Und... Eine... ist weg um zu warnen. Das war nur immer noch ein angebissener Apfel. Der eine ist ja ewig. Aber wir haben jetzt einen Bogo. Das ist nicht schlecht. Man hätte auch einfach versteckt bleiben können. Wir können hier nicht bleiben. Du bist verletzten. Komm schon! Wir können vor dem Kopf resten. Und er lässt den Bogen liegen, oder was? Hm. Werden sie mal einfach versteckt geblieben. Da sind wir wieder in Iron Rath. Wieder an unserer Kontrolle. Das fühlt sich gut an. Ich dachte, ich fühle mich besser, zu sehen Grif aus dem Great Hall. Du wolltest ihn töten, nicht wahr? Wie wissen Sie, wann zu stoppen? Ich glaube, ich hätte nicht. Ich glaube, das ist warum du der Lord bist. Und ich bin... Ich weiß, es war nicht richtig. Ich war nicht der Lord, ich wollte sein. Was denken Sie, Lord Whitehill wird, wenn er hört? Wenn er wirklich ein Spy... Er wird nicht wissen, wenn wir ihn nicht wollen. Die Garten sind geblieben und alle Raven in der Rookery sind tot. Ich glaube, es war nicht so, wenn ich mich überraschend bin. Ich glaube, es war ein Wort von High Point. Lord Whitehill invites Sie, um zu diskutieren, eine Truce zu diskutieren. Er will sich für die Frieden. Als ob wir so naïve sind. Vielleicht ist das eine Chance. Eine Chance für sie zu schützen. Und was machen? Du wirst dich in Gefahr, Roderick. Sie ist richtig. Was wünschen wir uns? Wir können Ryan zurückkommen. Das wäre unsere Chance. Du bist richtig. Jetzt haben wir Griff, können wir eine Verkaufnahme machen. Eine Verkaufnahme? Er ist für meinen Bruder. Dann haben wir einen Plan. Ich weiß nicht, ob der ihm so wichtig ist. Warum kann man nicht Hälfte Hälfte sein? Ich weiß nicht, Roiland. Ironwath ist wieder uns. Die Glenmores werden sicherer es bleibt. Wir lassen Arthur wissen. Ja, mein Herr. Ich werde die Vorbereitungen machen. Ich denke, dass einer von ihnen wäre spying für die Whitehills. Ich werde den Counselinghaus gehen. Donkann habe mich gewöhnt, ohne irgendwelche Kontakte. Aber Roiland würde sich Unwärte schnissig lassen. Ich würde mich noch nicht ausweifieren. Wir brauchen einen Polizier. Wir wissen nicht, wer der Verräter ist und der Meister glaube ich mittlerweile nicht mehr. Duncan wirkt irgendwie aufrichtiger. Irgendwie kann ich bei keinem gerade glauben, dass das ist. Ryland verhält sich nicht so und bringt uns bei, wie wir uns verteidigen. Duncan sagt, wir sollen das Northgrove finden. Bitte, ich werde alles tun, was du von mir fragst, sogar etwas gefährliches. Ich will nicht. Talia, ich werde dich hier mit einem Trazer verlassen. Find aus, wer es ist. Find Proof, wenn du kannst. Ich werde... ich werde mein Bestes tun. Ich habe Vertrauen in dich, Talia. Ich weiß nicht, dass er die Mutter wird, sondern weil ich glaube, dass sie ganz gut spielen ist und es ist wichtiger. Aber er würde niemals töten einen Gast in seinem eigenen Haus. Zumindest, ich glaube nicht, dass er würde. Ich hoffe, dass du richtig bist, Mama. Ja, Problem ist nicht. So, und mit dieser Aussicht beenden wir die Folge für heute. Ähm, ja, alles spitzt sich immer weiter zu. Es gefällt mir insgesamt sehr gut, auch wenn sie mir jetzt ein bisschen zu oft den leichten Weg nehmen. Zum Beispiel, dass, ja, dass man jetzt mit dem Whiteling nicht sagen konnte, wir bleiben einfach beide versteckt. Dass man hier nicht sagen konnte, wir teilen diese Truppen auf. Äh, ja, irgendwie nehmen sie jetzt gerade ein bisschen oft den sehr leichten Weg draus. Aber von der Story an sich gefällt mir das sehr, sehr gut. Zumal wir ja bei Telltale wissen, dass die Entscheidungen an sich sowieso nicht so entscheidend sind. Ähm, ja, und dann geht es wohl beim nächsten Mal jetzt auf den Einsatz nach Myrin. Ich bin gespannt, wie es weitergeht und wir sehen uns dann. Euer Gauton. Ciao!